servus liebe bull of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben pack uns gute neuigkeiten mal wieder für classic spieler daher wollte ich die auch nicht vorenthalten dazu haben wir in letzter zeit relativ wenig news und zwar wird es kostenlose realm transfers für spieler von classic realms geben das ganze betrifft uns europäische spieler aber eher relativ wenig beziehungsweise guck mal gleich noch mal in die liste rein was da was da alles so mit drin ist also es sieht in folgedessen so aus dass es wohl einige server gibt auf classic era realms die sehr sehr wenig spieler haben und diese transfers sollen euch die möglichkeit geben oder sollen betreffenden spielern die möglichkeit geben wieder auf server zu wechseln wo ab bis dahin mehr los ist und wo sie wieder mehr leute haben mit denen sie zusammen spielen können was wir auch zum beispiel mit drin haben sind oceanic realms die zu north america mit rüber gehen können scheint zu funktionieren dazu hat blizzard auch noch gesagt dass es in zukünftig frische classic era server geben wird also wir komplett neu anfangt und keiner irgendwie schon level 60 ist und so weiter und so fort und das sind jetzt die server die betroffen sind wir haben atiesch blood cell buccaneers and remulus normale server können umsonst zu mankrig wechseln sowie arugal deviat delight ferlina grobulus loatep sulfuras und sul trasse können auf white main pvp wechseln ich glaube tatsächlich das ganze betrifft bin ich mir nicht sicher es gibt auch ein eu verliebt da ist das der da bin ich mir gerade gar nicht so sicher aber wenn blizzard jetzt schon mal sowas für andere realms anbietet sehe ich die chancen gegeben dass man eventuell dann auch noch in deutschland europa whatever reagiert also das kann man denke ich auch mal als kleinen vorboten dazu noch so ein paar restrictions wann ein charakter nicht den server wechseln kann wenn er ein gilden leiter ist wenn er aktive auktion am start hat oder aktiv auf etwas bietet wenn er etwas in der post hat dann kann es natürlich sein dass ihr den namen eures aufgeben müsst wenn auf dem ziel realm schon ein char mit dem namen vorhanden ist er könnt nicht auf einen pvp-realm wenn ihr da bereits einen char habt der zu einer anderen fraktion gehört beispielsweise ihr wollt euren horde char auf dem pvp-server nehmen aber habt da schon ali char das geht nicht das ging erst später dass man horde und ali auf denselben servern erstellen kann und blizzard weiß auch nochmal drauf hin das ist quasi ein one way ticket diese aktion wenn ihr das gemacht habt habt ihr gelitten also ihr kommt dann nicht wieder zurück und wenn ihr dann sage ich möchte doch wieder lieber auf meinem alten server spielen ja auch pech gehabt dazu schreiben sie noch es kann aktuell mehrere stunden dauern bis das completed ist kann ich nicht beurteilen gerade aber gut ich sag mal so besser als nix mal schauen ob es das sind dann auch so sachen die ich mir zum beispiel bei retail frage da würde ich mich auch manchmal wünschen dass sie sowas noch machen weil ich glaube es gibt einige server wo sehr sehr wenig los ist und diese ganzen dämlichen connected realms haben für mich persönlich nicht das gleiche gefühl wie eine server gemeinschaft und b ich bringt es auch gar nicht so viel ich würde mir wünschen dass man damals server dicht macht und welche zusammenlegt aber das ist ein anderes thema in diesem sinne schreibt mir mal in die kommentare ob ihr euch sowas auch für die deutschen eu server wünscht oder vielleicht sind sie ja doch dabei und ich habe es noch nicht gerafft whatever in diesem sinne danke fürs zusehen bis zum nächsten video hatte lan tschüss